So liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play F1 2020 mit dem nächsten Rennen, Rennen Nummer 8, wir sind uns der Gast in Baku, nach dem doch sehr schwierigen Punktgewinn in Monaco letzte Woche, wollen wir hier mit dem nächsten, keine Haushälfe, aber das wird nun mal eine Ecke schwerer werden, hier werden wir wahrscheinlich nicht viel holen, mir liegt die Strecke auch nicht so wirklich, ähm, ja, gucken wir mal, wie wir es irgendwie hinkriegen, so gehen wir rein, in den, in den Vorlauf zum nächsten Grand Prix, dann gehen wir auf ein fremden Wochenende, ja, erster Freitag, ich bin auch noch an diesem Freitag, auch mit einer kleinen Änderung hier, jetzt, jetzt erstmal meine eigenen Wohnung, vorher war ich mit meiner Freundin drüben beim Aufnehmen, jetzt habe ich so mein eigenes Reich hier eingerichtet, dass ich hier ein bisschen zocken kann, äh, ob ich jetzt mal da auch aufnehmen kann, ja, das heißt, heute geht rein ins freie Training hier in Baku. So, gucken wir mal, ob wir das Rennen, es kommt mit dem Wetter an und es wird nur im Qualifying regnen, das ist immer gut. Okay, auf geht's, erste freie Training. Okay, auf geht's, erste freie Training. Vielen Dank. So, da sind wir schon wieder. So, dann auf zur ersten Runde. 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 So, auf Aus traue ich mich noch nicht so ganz. So, jetzt geht's auf die gezeiterte Runde. Ja, natürlich ist klar, dass wieder irgendwo eine Wand ist. Das ist da, das können wir ja auch schon mal nachkommen mit dem Remix mit dem kaputten Flügel. Geil, hab ich der Flügel kaputt gefahren. So, versuchen wir es nochmal. So, schnell zu rennen, wenn ich da anequiert und so schnell zur Rundenzeitschwimmung. So, jetzt geht's auf mit dem Flügelchen. Die Zeit gegen Quiat wird nicht reichen. Ich muss nochmal eine Laderunde fahren. Und dann brauchen wir nochmal eine Schelle Runden, die zu setzen. Ich kann die Flügel ja auch wieder zumachen. Ja. Im Zweifel waren wir dann immer noch ein Geflügelchen kaputt. Guck mal, wie fährt sich das Auto denn ohne Traktion? Das fängt ja schon wieder gut an, ey. Das fängt ja schon wieder an, ey. Ich geh mir nicht auf den Nerv. Ah, ich sitze wieder aufs Mittel. Ich muss in die Box neue Flüge erholen. Ja. 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 So, ich muss ja die Box schieben lassen. Vor allem hintereinander Monaco und Baku. Eine Runde setze ich noch mal. Aber diesmal mache ich eine fliegende Runde raus. So. 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 Das war's für heute. Ich fahre vor mir. Ich fahre vor mir McLaren, ne? Gut, Hamilton 46 irgendwas, wenn wir so schnell zur Runde ausziehen, 48, oh wir könnten sogar die Hammelzeit packen. Ja, es wird nichts, die wir drüber sehen. Platz 4! Das ist immer ein Sprung nach vorne, aber der wird nicht dabei bleiben. Ich hab mal die Petition ein bisschen höher. Und wenn man mal bedenken, was über eine halbe Sekunde nur hinter den Topf da ran. Naja, zumindest immer so, ich bin dem ersten freien Training. Platz 8! Yes! So, dann haben wir das auch durch, das erste freie Training. Ahem! Ahem! So, dann geht es jetzt weiter mit dem nächsten Teil, dem zweiten freie Training. so dann geht es jetzt auf die schon fliegende runde ja das rausfahren haben wir ja schon gesehen am anfang auf dem platz 8 das ist ein starkes ergebnis zum auftakt hier in diesem für dieses rennbuch in den baku das könnten wir ja mal punkte werden wenn das weiter so bleibt naja schauen wir mal so schauen wir mal was die roten reifen bringen der vorteil ist es ist auch in der quali regnet das heißt wir könnten drei theoretischen rennen mit gelb anfangen so vielleicht ein bisschen glück am ende zu haben naja zuerst so zwischenzeit klar ist violett aber liegt auch daran dass kein anderer fahrer auf der straße noch ist oder auf der strecke ist so 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 nicht ganz da muss ich ja abrechnen und ich will die neues nicht vorlassen ich muss die runde sowieso aber ich lasse neues vorkommen ich bin hier auf der haute also ich versuche mal eine lade runde zu fahren wir stehen vor lois hamilton aber der ist auf medium unterwegs oder das hatte ich auch nicht gedacht dass wir doch diese eigene punkte in monaco und so noch weil ich habe nichts getan wirklich manchmal so ich habe damals auch mit williams und monaco ich habe auch überlegen sogar mal nur lade runde zu fahren so Ah, ich hoffe, ich muss tatsächlich noch mal eine Lade machen. Ja, wir sind sehr gut, die Reifahrt hat angefahren, wir sind aber schon schlicht in die Runde reingekommen. Ne, das wird nicht, die Runde muss ich schon abbrechen. Ne. Fast ab mal 43,8 Sekunden ist er als wir, aber auch das ist keine große Überraschung, dass der Red Bull Pilot den Renault nach vorne weg packt. Packt! Ja. 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 oder gar nichts zu diskutieren. Und da jetzt alle Fahrzeuge die Ziellinie überquert haben, schauen wir uns noch einmal die drei Bestplatzierten an. Verstappen, Giovinazzi und Valtteri Bottas. Giovinazzi? Giovinazzi auf drei, ein Alpha vorne mit dabei. Warum nicht? Platz sechs sind wir momentan und Teamkollege auf zehn. Das würde tatsächlich gut sein. So. 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 Vielen Dank. Gut, dann geht's weiter mit Training Nummer 3. Ey, liebe Leute. Gut, dann geht's weiter mit Training Nummer 3. Es ist eine kurze Runde zu Term 1 auf der ersten Runde, aber die Hauptstraße ist sehr lang, so keep das in mind als du über die Gründe. Als du die Linie überrasst, bist du sehr nah an der Bremse. Keep es schön und knifflig hier, denn die Bühne werden nicht sehr accommodatisch. Also so, gut, dann gehen wir mal rein ins nächste, in den nächsten Abschnitt. So, auf geht's. So, auf. Die nächste Session, die letzte Session für heute. Wie gesagt, Platz 6 und Platz 10, sind Traumergebnisse definitiv, dass so dicke Punkte es möglich ist. So, besser John Wartel von Brodiums. Ich will spätestens im neuen Saison Mick Schumacher gerne als neuen Teamkollegen verpflichten. So, die erste Bestzeit ist gerade passiert. Das ist gerade die Sebastian-Zeit, die wir geknackt haben. Magnussen im Haar ist auch noch mit der guten Zwischenzeit. Ich habe gar nicht darauf geachtet, was für eine das ist. Da habe ich echt sehr viel Schwung verloren. Boah, da ist es 4,47. Keine Zeit, die wir knacken können. Definitiv nicht. Aber ich stelle jetzt mal dahinter auf 2. Was ist hier in Baku? Das ist eine dicke Überraschung. Fahrer vor mir. 4,47. Gut, das habe ich ja gesagt. Das war eine Zeit. Ich nehme mal den Schwung jetzt ein bisschen raus. Damit wir an der dritten Lone noch mal eine Zeit setzen können. Okay, you need to come in before you run out of your pit within two laps. Magnussen packt unsere Zeit noch mal. Fahrer vor mir. Ich habe 45,4. Also 300 müssen wir bezahlen. Nee, 45,2. 200 müssen wir schauen, ob wir die Magnussen-Zeit wieder geknackt bekommen. Gut, Verstappen ist klar. Ja. Musik Ich glaube nicht, dass das das wird gerade. Wir haben keinen einzigen Vorsprung. Da geht es, das kriegen wir nicht hin. Jetzt sowieso nicht. Das hat es noch mal fast eine Sekunde gekostet. Aber langsam liegt mir auch die Strecke ein bisschen mehr. Ja, egal. Wir sind mal durch mit dem freien Training. Platz 5 auf jeden Fall. Zumindest vor Grosjean. Statt jetzt. Das heißt, unser Rivale wäre schon mal geschlagen. So, jetzt zurück in die Garage. Thema erledigt. Wir sind durch mit dem freien Training. Und ich bin von den Zeiten her, wenn ich ehrlich bin, zufrieden. Statt jetzt kriegen wir hier tatsächlich sogar ein Fünftchen mitgenommen. Statt jetzt. Statt jetzt. Die Session ist abgeschlossen. Also sehen wir uns unsere Top 3 noch einmal an. Vettel, Verstappen und Charles Leclerc. Was für eine unglaubliche Training Session. Aber der Spaß ist damit noch nicht zu Ende. Der Rest des Wochenendes liegt noch vor uns. So. Gut. Jetzt haben wir dann 10. Ja, war auch zufrieden. Ja, war auch zufrieden. Ja, war auch zufrieden. Ja, war auch zufrieden. Gut. Dann haben wir das erledigt. Das freie Training ist durch. Okay. Das freie Training ist durch. Und dann sehen wir uns morgen mit dem Qualifying wieder. Bis dahin und Tschüss bei Let's Play Fun 2020.